Wir steuern, wir regeln und bringen Humanität und Ordnung zusammen, meine Damen und Herren. All das zeigt, die Bundesregierung handelt mit Augenmaß, aber auch mit der notwendigen Härte. Und warum tun wir das dieser Tage? Nein, nicht, weil Wahlen sind. Und das zeigt aber auch, wie Sie diese Debatte führen. Wenn Sie von Wahlen reden, werden wir davon reden, wie wir die Menschen in unserem Land schützen, meine Damen und Herren. Das muss man, glaube ich, einmal sagen.